So, jetzt kommen wir mal ein paar von Rokalik. Wir steilen das Spiel ein. Ich habe das Spiel gefunden. Warte auf, achte, wir spielen gleich in drei, okay. Das Spiel haben wir leider knapp verloren. Aber ist nicht schlimm. Wir müssen ja nur Punkte sammeln und abwehren. Das ist das falsche Tor irgendwie, Leute. Da ist nicht das... Alter, war das knapp. Das war mega knapp, Leute. Das war mega knapp. A fucking hell! Bum, 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 b Scheiße, Mann. Ach komm, nee, nicht schubsen. Was willst du denn? Lass mich doch mal in Ruhe. Js38, was machst du da? Ist doch dumm. Nein, das ist nicht gut. Das ist gaga. Glanzparade, Leute. Glanzparade. Einfach nur Glanzparade gemacht. Gut, ich stehen geblieben bin. Der wäre jetzt ganz drin gewesen, Leute. Der wäre drin gewesen. Der wäre auf jeden Fall drin gewesen. Ein Tor gemacht. Jawohl. Oh, die hätten sie holen können. Die hätten sie holen können. Aber... Wieder eine Parade. Der kein Ficker. Was machst du denn? TRX, TRX, was machst du denn? Ach, ich glaube, unser Tor bist du dumm oder so? Nein, sie sind genauso dumm. Ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. TRX, was? Hä? Was machen die denn? Soll die jetzt oder so? Soll die jetzt oder so? Oh. La 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 Ah Scheiße Aber das ist drinnen Ob趣Trламue noch bekommen Denenk mir halt nichts Außer Punkte Also die Punkte die wir auf jeden fall noch erfüllen Aber das Vorlagen, das werde ich dann heute nicht mehr erfüllen. Oh, werde ich dann nicht da gewesen, der wäre schön drin gewesen. Den habe ich schön getroffen, aber leider war da noch jemand. Oh, fuck. wir sind immer nur ein tor vorne da ist alles drin den händler weg machen können mein gott was macht der der trs der sind wie ich weiß nicht was mit dem ist gott sei dank gott sei dank bitte gewesen irgendwie nicht mehr nicht eingegangen wäre bitte gewesen und die können noch eins machen das macht überhaupt nichts macht überhaupt nichts wir haben noch ein tor vorne ist ein noch ja das war gut gemeint er ist aber leider ja mach doch selber ein idiot du dummer was für ein dummer ja genau der es machen ist kein scheiß war knapp war knapp aber gut war knapp aber gut alter wenn du wurscht nie die waren einfach ist schneller wenn wir jetzt daraus gehen und suchen sollten auch wenn wir uns entwecken werden wir jetzt haben uns zurückgeworfen ich glaube ich komme mit cola in eine in eine arena ich werde in eine spiegel geworfen das ist schön ich bin alleine hier ich bin hier alleine ich bin alleine ich will keine bots haben bitte nicht ok ok so auf geht's auf geht's auf geht's erst mal stehen bleiben erst mal stehen bleiben aflala wir haben einen rfk da das war dumm das war dumm den hätte ich ja nicht machen müssen den hätte ich eigentlich machen müssen leute wenn man nicht ehrlich ist einen hätte ich den machen müssen das war dumm und ich bin Nix zu machen. Ich weiß nicht, ob das ich war oder ob das er war. Mann, spiel doch einfach rein. Spiel doch einfach in die Mitte, wenn wir so da sind. Ihr müsst jetzt scheiße. Ich will das Dörber an. Um Punkt hinzukriegen. Alter. Hat er gut gemacht. Was ist denn für ein Tor? Sonst haben wir ein Tor. Jawohl. önchiges Rekord. Ja. Ähm. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.